Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution, Folge 25. Ah, jetzt habe ich das zu spät angemacht. Jo, 24. So. 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 5. 4. 4. 3. 4. 8. 5. 7. 9. 10. 11. ich will verarschen 6 so braucht noch Ja, wir brauchen noch ein kleines Kraftwerk. Ja, ich muss erst mal ohne Dings auskommen. Ja, fertig. BG-Gum G-Gum 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 B-B-Hin-Ne Oh. Oh, das ist doch ein Teil davon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 des johls zurück und es sind zwischen 201 und 999 jahre alt im jahr 1938 wurden und vom biologen brian menina und der techniker wain junior hier die ersten dinozaire auf der gering gefunden war 2004 wurde das gebiet von jenking und jenking von bach geerdenland der 208 jr geöffnet wurde die abladung bildet ein alternativ ebener aus sandstein und schlammgestein im jahr zu den 8 wurden in der nähe des dorfes die jemots waren die erste dinozaire auf uns abdrücken der geseite wurde in der umgebung noch weiter und noch weiter muss abdrücken gefunden hier wurden unter anderem von zielen von politikers die die befolge mit den dinozaus als wir gefunden werden die dinozaus die vorstehen der kugel wenn sie wieder losficken für eine neue der kugel 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 und kurz vor und direkt neben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 Z43, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020